so ich sage euch heute was ich so esse und zwar hier habe ich mit einfach mit kochendem wasser haferflocken übergossen ganz normale haferflocken und ein esslöffel weizenkleie so dann habe ich das kurz einlegen lassen damit das bisschen aufgefüllt jetzt kommt darüber noch so ungesüßte mandelmilch das mache ich jetzt einmal drüber damit das bisschen süßer wird schneide ich banane rein dann kommt ein paar fürs alles rein so dann habe ich ja nur super goji beeren die kommen da rein oben drauf ich mag die gerne so und und was ich noch ganz gerne mag ja da oben drauf kommen noch bisschen zimt drauf das ist mein frühstück heute schnell lecker gesund und macht satt